Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch dabei mal die 10 Maxime nach Hurlmann darstellen. Und dazu haben wir ein gesamtes Video mit allen wichtigen Maximen einmal hier für euch jetzt zusammengeschnitten. Das heißt, ihr findet alle Maxime, die ihr braucht für eure optimale Vorbereitung auf das Abitur, jetzt im Folgenden. Das ist ein längeres Video, aber dafür garantieren wir euch auch, dass ihr wirklich alles über das Modell von Hurlmann lernt. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Zuvor wie immer noch der Hinweis, wir haben für euch auch ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist dabei jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt aktuell gerade auf das Abitur vorbereitet, dann ist das sicherlich die beste Vorbereitung, die ihr bekommen könnt. Gerade wenn ihr etwas Schriftliches braucht. Also dementsprechend erster Link in der Videobeschreibung, falls es euch interessiert. Ein Buch auf Amazon, sowohl als Taschenbuch und auch als E-Book. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, wir starten direkt los. Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Und heute wollen wir euch mal die erste Maxime nach Hurlmann, Modell der produktiven Realitätsverarbeitung, darstellen. Und dabei geht es um die Persönlichkeitsentwicklung als Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt. Wie immer haben wir über das gesamte Modell ein Buch jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Das haben wir exklusiv für euch geschrieben. Also falls euch das interessiert, guckt da gerne in die Videobeschreibung jetzt als erster Link eingefügt. Und jetzt starten wir aber auch direkt in die erste Maxime. Insgesamt hat Hurlmann ja zehn Maximen definiert. Und hier finden wir jetzt die erste Maxime vor. Dabei geht er davon aus, dass dies eine Persönlichkeitsentwicklung als Wechselspiel darstellt. Das heißt, er definiert die zwei wichtigen Anlagen bzw. Ausgangspunkte, nämlich Anlage und Umwelt. Und was genau eine Anlage ist und was genau eine Umwelt ist, gucken wir uns jetzt einmal gesondert an. Starten wir mit der Anlage. Was versteht Hurlmann unter der Anlage? Mit der Anlage meint er letztendlich genetische Strukturen. Das heißt, für ihn sind das alles Dinge, die genetisch vorbestimmt sind, die aufgrund von biologischen Gegebenheiten weitergegeben wurden. Und damit meint er zum Beispiel das Geschlecht. Ein weitaus umstrichenderer Begriff, den er hier auch nennt, ist der Begriff der Intelligenz. Das heißt, Hurlmann geht davon aus, dass mit genetischen Strukturen auch die Intelligenz weitergegeben wird. Das ist insbesondere natürlich, wenn man sich anguckt, wie bestimmte Strukturen weitergegeben werden und wie weit die Forschung in bestimmten neuronalen Gebieten ist, ist es sehr kritisch zu sehen, dass hier dieser Begriff der Intelligenz einfach genutzt wird. Zumal Hurlmann diesen Begriff auch nicht klar ausdefiniert. Das heißt, der Begriff der Intelligenz ist auch in anderen Abteilungen sehr problematisch, denn er hat bereits bei seinen Entwicklungsaufgaben den Begriff der Intelligenz mehrfach verwendet, aber nie klar ausdefiniert, was er mit der Intelligenz meint. Das heißt, dass er davon ausgeht, dass Anlage, Umwelt nahezu 50-50 verteilt sind und dass die Intelligenz einer der Anteile ist, die sich klar in den genetischen Strukturen wiederfinden und damit als Anlage weitergegeben werden, ist hier an dieser Stelle problematisch zu erwähnen. Damit bestimmt er aber auch, dass die Anlage verantwortlich für entsprechende Räume der Möglichkeiten ist. Das heißt, er geht davon aus, dass die genetischen Strukturen dem Individuum es ermöglichen, sich bestimmte Möglichkeiten zur Entfaltung zu erarbeiten und damit natürlich Grundlage dafür sind, was der Mensch überhaupt für Fähigkeiten hat zu leisten. Das heißt, mit seinem Modell basiert er praktisch die Annahme darauf, dass bestimmte genetische Strukturen die Grundlage überhaupt sein müssen, damit etwas überhaupt möglich ist. Er spricht also nicht jedem Menschen die gleichen Möglichkeiten zu. Wichtig ist dann für ihn, dass ein Zusammenspiel zwischen Anlage und Umwelt, die Umwelt erklären wir euch ja gleich nochmal, erst dann die spätere Ausgestaltung der Verhaltensweisen und verschiedenen Eigenschaften ermöglicht. Das heißt, für ihn sind die grundlegenden Anlagen, genetische Strukturen wie zum Beispiel das Geschlecht, aber auch laut ihm die Intelligenz erstmal von Grund auf vorhanden. Aber diese genetischen Strukturen müssen dann darüber hinaus ausgebildet werden und nahezu besser formiert werden. Und diese Formierung findet dann insbesondere in einem Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt statt. Und was jetzt diese Umwelt genau ist und welche Rolle sie spielt, gucken wir uns jetzt einmal an. Unter dem Begriff der Umwelt fasst Hurrellmann nahezu alles, was in der sozialen und psychologischen Umwelt passiert. Das heißt, Umwelt begrenzt sich jetzt nicht auf einen Naturbegriff, sondern er geht vielmehr davon aus, dass wir hier eine soziale und psychologische Umwelt haben. Das heißt, man bewegt sich zwischen verschiedenen Umwelträumen, beispielsweise der Familie oder der Schule. Mit der Familie hätte man jetzt beispielsweise einen sozialen, sehr nahen Umweltraum, der dann natürlich einen bestimmten Effekt, psychologischen Effekt, auf die Ausbildung gewisser Grundlagen und Eigenschaften hat. Darüber hinaus gibt es beispielsweise auch die Schule oder, wenn man das noch enger fasst, Peergroups. Und diese Peergroups haben dann natürlich auch einen psychologischen Effekt, der insbesondere in der Jugend, und das ist ja die primäre Phase, mit der sich Hurrellmann beschäftigt hat, natürlich eine enorme Auswirkung auf die Entwicklung bestimmter Eigenschaften haben kann. Wichtig ist dabei, dass Hurrellmann davon ausgeht, dass bestimmte Anlagen dazu führen, dass in der Umwelt dann bestimmte Eigenschaften ausgeprägt werden können. Das heißt, er geht davon aus, dass durch die Anlage bestimmte Grundtendenzen vorgegeben werden und diese dann anschließend durch soziale oder psychologische Einwirkung des Umfelds, der psychologischen Umwelt des Jugendlichen dann erst ausgeprägt werden. Die Ausprägung dieses Wechselspiels findet dabei laut ihm besonders in der Jugend statt. Das ist nicht verwunderlich, dass er das sagt, denn er ist ja nun mal auch ein Forscher, der sich insbesondere mit der Jugendphase beschäftigt hat und deren Wichtigkeit ja besonders in den Vordergrund gestellt hat. Und dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass er davon ausgeht, dass die Ausprägung dieses Wechselspiels besonders in der Jugend stattfindet. Darüber hinaus sagt er auch, dass eine Ausprägung des Geschlechts maßgeblich für die Entwicklung des Sozialvisationsverlaufes ist und dafür auch maßgeblich verantwortlich ist. Das heißt, er geht davon aus, dass das Geschlecht und dementsprechend auch die soziale und psychologische Umwelt Grundlage dafür ist, wie die einzelnen Individuen sich dann individuell entwickeln können und wie sie sich auch in der sozialen und psychologischen Umwelt ausprägen können. Wichtig hier nochmal zu sehen, er geht wirklich von diesem 50-50-Modell aus. Das heißt, dass Umwelt in diesem Maße einen genauso großen Anteil an der Entwicklung hat, wie die grundsätzlichen Anlagen, die von der genetischen Struktur, von den genetrischen Materialien ausgegeben werden. Und damit soll es das nun auch von diesem Video zu der ersten Maxime nach Hurrellmann gewesen sein. Wir haben uns heute also die Persönlichkeitsentwicklung als Wechselspiel angeguckt. Dabei definiert Hurrellmann ein Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt. Für ihn ist das ein 50-50-Prozess. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, denn er geht wirklich davon aus, dass die Anlage, also genetische Strukturen, aber auch die entsprechenden Möglichkeiten, die ein Körper hat, von Grund auf mitgegeben werden und zum Beispiel durch das Geschlecht oder die Intelligenz vordefiniert sind. Dann definiert er die Möglichkeit zwischen dem Zusammenspiel zwischen Anlage und Umwelt, dass dies dann erst die spätere Ausgestaltung im sozialen Leben ermöglicht. Das heißt, auch die Umwelt hat einen enormen Einfluss auf die individuelle Entwicklung. Das heißt, hier ist insbesondere die Umwelt wichtig, die soziale und psychologische Umwelt, die stattfindet. Und dort findet eine Bewegung zwischen verschiedenen Umwelträumen statt. Das können zum Beispiel Familie und Peergroups sein. Und diese Peergroups, aber auch die Familie, haben natürlich insbesondere in der Jugendphase einen außerordentlichen Entwicklungsdruck auf die Jugendlichen. Darauf geht er natürlich auch nochmal in den weiteren Phasen und Maxime ein. Und damit soll es jetzt von diesem Video zur ersten Maxime sein. Wir haben natürlich viele weitere Videos noch rund um die weiteren Maxime für euch gedreht. Falls euch das interessiert, guckt da gerne mal in die Playlist rein. Ansonsten, wie gesagt, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben das Buch jetzt in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Falls euch das näher interessiert, solltet ihr da unbedingt reingucken. Und dann soll es das gewesen sein von diesem Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns vor dem nächsten Mal wieder. Haut rein. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die zweite Maxime nach Klaus Hohlmann an. Und dabei beschäftigt sich diese zweite Maxime mit der Sozialisation als dynamisches und produktives Wechselspiel. Was genau sich hinter diesen Begriffen versteht und versteckt, das wollen wir euch heute darstellen. Zuvor wie immer ein bisschen Eigenwerbung. Das Buch, was wir über Hohlmann geschrieben haben, ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch das interessiert, klickt da gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Bisschen Werbung in eigener Sache. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Hohlmann versteht ja in seiner zweiten Maxime Sozialisation als dynamisch und vor allen Dingen produktives Wechselspiel der inneren und äußeren Realität. Dazu muss man sich natürlich erstmal angucken, was ist die innere Realität und was ist die äußere Realität. Zuvor können wir aber schon mal fähig vorwegnehmen, dass der Sozialisation als ganzen Prozess auffasst und dabei davon ausgeht, dass dieser Sozialisationsprozess insbesondere in der Jugend eine wichtige Rolle spielt. Dementsprechend natürlich auch die innere und äußere Realität hier einer besonderen Bedeutung zukommt. Kommen wir aber zunächst zu der inneren Realität. Was versteckt sich hinter diesem Begriff der inneren Realität? Bei der inneren Realität geht es darum, dass eine Erarbeitung der eigenen Gegebenheiten stattfinden soll. Das heißt, was Hohlmann hier beschreibt, ist praktisch, dass das Individuum sich selbst eigenständig die eigenen Gegebenheiten erarbeiten muss und dementsprechend über die eigenen Gegebenheiten auch bewusst werden muss. Ganz wichtig ist nach Hohlmann dementsprechend auch, dass man ein Verständnis gegenüber seiner eigenen Gegebenheiten überhaupt erstmal entwickelt. Dabei muss das Individuum beobachten, welche ständigen Entwicklungen des Körpers stattfinden. Und diese Entwicklungen müssen dann anschließend auch berücksichtigt werden. Das heißt, für Hohlmann ist es ganz wichtig und auch die Erkenntnis besonders wichtig, dass in der Phase der Jugend eine ständige Weiterentwicklung des Körpers stattfindet. Und dabei ist es natürlich so, dass die Jugendlichen diese Entwicklung zwar wahrnehmen, aber vielleicht nicht immer wahrhaben wollen. Und für Hohlmann ist es dementsprechend ganz wichtig, dass diese eigenen Gegebenheiten, die Entwicklung des Körpers, die Weiterentwicklung, die Ausprägung von Geschlechtsmerkmalen, aber auch die Veränderung der Äußerlichkeiten, die ja geschlechtsunabhängig sein können, in dieser eigenen Gedankenwelt konstruiert und produktiv verarbeitet werden. Dabei definiert er die Notwendigkeit eines sensiblen Umgangs. Das heißt, der sensible Umgang mit eben solchen Merkmalen, mit solchen Entwicklungen, die stattfinden. Das heißt, in dieser Phase ist es demnach besonders wichtig, dass man sensibel mit diesen Dingen umgeht. Und das ist insbesondere auch auf der individuellen Seite wichtig. Wir werden später sehen, auf der äußeren Realität, bei der äußeren Realität ist das natürlich auch wichtig. Aber in der Phase, in der sich der Körper weiterentwickelt, ist es natürlich auch für das Individuum wichtig, dass dieser Körper als Ganzheit verstanden wird und dementsprechend auch ein sensibler Umgang hier stattfindet. Anschließend müssen dann die Prozesse an diesem Umgang angeglichen werden. Was heißt das jetzt konkret? Wir haben ja schon definiert, dass ein Wechselspiel zwischen der inneren und äußeren Realität stattfindet. Für Ruhelmann ist es dementsprechend dann aber besonders wichtig, dass bestimmte Prozesse an diesem Umgang überhaupt erst angeglichen werden. Das heißt, er geht davon aus, dass diese Entwicklung, die mit dem Körper stattfindet, in dieser Phase einen besonders sensiblen Umgang erreicht und dass hier eine besondere Prägnanz für diese Prozesse stattfindet. Das heißt, die Entwicklungsprozesse müssen gesondert berücksichtigt werden und dieser Umgang muss damit stattfinden, ein sensibler Umgang muss stattfinden. Und nach diesem Konzept findet dann die innere Realität, die Erarbeitung der inneren Realität statt. Das heißt, welches Selbstbild habe ich von mir? Nun kommen wir aber auch zu der äußeren Realität. Bei der äußeren Realität geht es dann tatsächlich darum, dass das Außenbild verarbeitet wird. Was versteht Ruhelmann jetzt unter diesem Begriff des Außenbilds? Das ist ja zunächst ein Begriff, der relativ weit entfernt scheint. Für Ruhelmann geht es dabei bei diesem Begriff darum, dass die äußere Wahrnehmung, also die äußere Realität so gesehen, von anderen Menschen abhängt. Das heißt, wie werde ich von anderen Menschen wahrgenommen und welchen Einfluss habe ich auf meine Umwelt? Und wenn das dann produktiv verarbeitet wird, also wenn dieses Außenbild produktiv verarbeitet wird, dann kommt es zu einer Erarbeitung der äußeren Realität. Dabei geht es insbesondere in der Phase der Jugend darum zu verstehen, dass die gesamte Welt darauf aufbaut, dass bestimmte Beziehungen und Wirkungen des eigenen Handelns bewusst werden. Man soll sich also erstmal erarbeiten, wie Beziehungen funktionieren und anschließend auch erschließen, welche Beziehungen man in dem jeweiligen äußeren Realitätsfeld, in dem nahen Bekanntenkreis, aber auch in dem fernen Bekanntenkreis hat und wie diese Beziehungen sich auf sein eigenes Leben auswirken. Darüber hinaus muss dann das Außenbild insofern ausgearbeitet werden, und das ist der wichtige Teil der äußeren Realität, als dass die Feststellung der Wirkung seines eigenen Handelns stattfindet. Hier geht es dann insbesondere darum, dass man sich der Wirkung bewusst wird, wie sein eigenes Handeln auf die einzelnen Personen hat. Das heißt, bei dieser Wirkung geht es insbesondere natürlich darum, festzustellen, inwiefern sich sein eigenes Wirken in der Gesellschaft widerspiegelt und was dort passiert. Dabei muss diese Verarbeitung zwischen innerer und äußerer Realität stets produktiv gestaltet werden. Was versteht Horelmann unter diesem Begriff der produktiven Realitätsverarbeitung, der ja auch namensgebend für sein Modell ist? Naja, er geht davon aus, dass individuelle und flexible Lösungen geschaffen werden müssen, damit mit entsprechenden Problemen der Jugendphase umgegangen werden kann. Und das ist eben nicht, und das ist ganz wichtig, nicht nur wichtig für die innere Realität, sondern insbesondere auch für die äußere Realität. Bei der äußeren Realität muss dann nämlich entsprechend darauf eingegangen werden, welche Probleme entstehen und welche Beziehungsprobleme, aber auch Wirkungsprobleme seines eigenen Handelns auffallen, um dann das Außenbild ständig anzugleichen und eine produktive Verarbeitung zu ermöglichen, die dann schlussendlich auch konstruktiv ist. Der Begriff der dynamischen Verarbeitung kommt dabei daher, dass ein ständiger Prozess stattfindet, also eine ständige Angleichung von diesen Realitätsverarbeitungsprozessen. Und damit wollen wir praktisch auch schon das Video schließen, indem wir das Ganze nochmal kurz für euch prägnant zusammenfassen. Horelmanns zweite Maxime ist so gesehen die Maxime, die auch namensgebend für sein Modell ist. Dabei geht er davon aus, dass Sozialisation als dynamisches und vor allen Dingen produktives Wechselspiel zwischen innerer und äußerer Realität darstellt. Er möchte damit erreichen, dass die innere Realität von dem einzelnen Individuum selbstständig erarbeitet wird. Das heißt, hier soll produktiv stattfinden, dass einzelne Gegebenheiten erarbeitet werden und dass die ständige Weiterentwicklung des Körpers, insbesondere natürlich in der Adoleszenz, also der Pubertät, immer wieder beachtet wird und dementsprechend auch neu evaluiert wird, neu bewertet wird. Die äußere Realität ist dabei insbesondere wichtig, wenn man sich anguckt, wie das Wirken des eigenen Handelns im nahen Umfeld ist, aber natürlich auch in einem größeren Rahmen, makroskopischen Rahmen, dann auch in Bezug auf die Gesellschaft stattfindet. Und dann muss praktisch die Erarbeitung des Außenbilds stattfinden. Und in einem abschließenden Prozess oder in einem ständigen Prozess, dynamischen Prozess, muss hier die innere und äußere Realität verbunden werden. Die innere und äußere Realität muss ständig übereinander gebracht werden, verglichen werden. Selbstbild muss mit einem Außenbild verglichen werden, Fremdbild verglichen werden und das muss ineinander integriert werden. Und damit soll es es auch schon gewesen sein, zur zweiten Maxime von Hoher-Holmann. Selbstverständlich haben wir euch auch die anderen Neuen schon erklärt. Falls euch das interessiert, guckt da gerne in die Video-Playlist, die wir euch dazu erstellt haben. Und ansonsten soll es es jetzt gewesen sein, guckt gerne in die Videobeschreibung, da haben wir ein Buch für euch verlinkt, was für euch sicherlich relevant ist, nämlich über Hoher-Holmann. Und ansonsten haben wir natürlich auch eine Riesenfreude daran, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, gerne konstruktive Kritik, aber auch Lob, würden wir uns wie immer freuen. Lasst ein Abo da und gerne auch ein Like. Haut rein. Wir sehen uns schon nächstes Mal wieder. Und ciao. Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die dritte Maxime nach Hoher-Holmann an. Und dabei stehen die Jugendlichen als schöpferische Konstrukteure ihrer selbst da. Eine Maxime, der wirklich eine besondere Wichtigkeit zukommt. Dazu mehr in unserem heutigen Video. Dabei haben wir wie immer für euch ein Buch verfasst, was über Hoher-Holmann geht. Und alle Maximen abdeckt die Kritik, aber auch das Lob. Und dementsprechend sicherlich sehr interessant ist, wenn ihr euch jetzt aktuell auf das Abitur vorbereitet oder generell auch einfach für einen Pädagogik, Grundkurs oder auch Leistungskurs vorbereitet sein wollt. Also guckt da gerne mal in die Videobeschreibung. Auch zu anderen Psychologen findet ihr da natürlich alles. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Bei Hoher-Holmann in der dritten Maxime geht es ja tatsächlich darum, dass Jugendliche von nun an als schöpferische Konstrukteure ihrer selbst dastehen. Das heißt, er definiert in seiner dritten Maxime die Phase der Jugend als eine sehr schöpferische Phase, was sehr interessant ist, wenn man das mit anderen Psychologen vergleicht, die diesen schöpferischen Aspekt natürlich auch gesehen haben. Hoher-Holmann basiert ja auch zu großen Teilen auf bereits bekannten Theorien. Dabei ist aber der Aspekt ihrer selbst sehr interessant. Das heißt, wie das Individuum von Hoher-Holmann in dieser dritten Maxime betrachtet wird. Und das wollen wir uns von nun an erstmal angucken, um uns dann auch anzugucken, welche Ziele das Individuum nach Hoher-Holmann überhaupt erreichen muss, damit diese Phase erfolgreich beendet werden kann. Starten wir jetzt mit dem Individuum. Das Individuum ist laut Hoher-Holmann eigenverantwortlich für sein Handeln und muss diese Verantwortung auch begreifen. Das heißt, für Hoher-Holmann ist es in der dritten Maxime besonders wichtig, dass das Individuum begreift, welche Rolle es in der Gesellschaft überhaupt einnimmt. Dementsprechend ist die Phase der Jugend für ihn eine Phase, in der das Individuum insbesondere sehr viele verschiedene Einflüsse wahrnimmt und dementsprechend auch gegenüber sehr vielen Einflüssen sich bewähren muss. Und diese Einflüsse, die da auf das Individuum einströmen, sind dabei so diffizil und auch so deferent, dass das Individuum nur Eigenverantwortliches schaffen kann, für sein Handeln und für seine Verantwortung einzustehen. Die Verantwortung, die daraus entwächst, ist natürlich insbesondere laut Hoher-Holmann jedenfalls für die spätere Entwicklung sehr wichtig. Die Verantwortung in der späteren Gesellschaft muss dementsprechend begriffen werden und auch verstanden werden. Dabei findet hier eine ständige Umbruchphase statt. Und diese müssen bewältigt werden und vor allen Dingen kreativ gelöst werden. Und da kommen wir jetzt auch schon zu diesem Aspekt, den wir vorher schon mal gesehen hatten, beziehungsweise wonach diese Maxime auch benannt ist, nämlich die Bewältigung als schöpferische, kreative Konstrukteure ihrer selbst. Und hier ist es insbesondere wichtig, dass diese ständigen Umbruchsphasen, die natürlich in der Jugend, insbesondere in der Adoleszenz, dementsprechend in der Pubertät, immer wieder aufbrechen. Nicht nur, weil die Gesellschaft einen gewissen Druck ausübt, nein, auch, weil verschiedene Umbrüche stattfinden. Typischerweise finden hier auch Auslösungsprozesse statt, aus dem eigenen Elternhaus, aus der Schule. Wegweisende Entscheidungen für das spätere Leben müssen getroffen werden. Und dementsprechend natürlich auch die Phasen, die in der Gefühlswelt der Jugendlichen stattfinden, sind entsprechend wichtig für die Umbruchsphase. Und diese muss dann erfolgreich bewältigt werden. Und dies kann für Hurrellmann nur stattfinden, wenn eine kreative Lösung durch das Individuum vonstatten geht, wenn eine kreative Lösung durch das Individuum ermöglicht wird. Das heißt, das Individuum hat nach Hurrellmann die Aufgabe, sich dieser Verantwortung zu stellen und diesem Handeln bewusst zu werden. Und dementsprechend, dass hier eine kreative Lösung stattfindet. Dabei sind die Individuum Repräsentanten der eigenen Lebensführung. Was heißt das jetzt? Naja, Hurrellmann hat ja grundsätzlich drei Phasen im Leben unterschieden, wenn er diese grobe Unterscheidung gemacht hat. Und dabei war es so, dass die Kinderphase, Jugendphase und Erwachsenenphase alles drei eigenständige Phasen sind. Für ihn ist es dabei aber so, dass die Kinderphase noch nicht sehr stark von Autonomie geprägt ist, sondern erst die Jugendphase den Auslösungsprozess zu einer späteren, älteren Phase, also Erwachsenenphase ermöglicht. Dementsprechend ist es auch für ihn besonders relevant, dass in der Jugendphase der Jugendliche erstmalig als Repräsentant der eigenen Lebensführung dasteht. Erstmalig wird über das eigene Handeln eigenständig, eigenverantwortlich entschieden. Und erstmalig muss man sich selbst begreifen als Konstrukteur seines Lebens und auch seiner Umwelt und dementsprechend auch dafür einstehen. Und Repräsentant spiegelt das ja so ein bisschen wider. Denn Repräsentant heißt auch, dass man sich der eigenen Entscheidungen bewusst werden muss und auch sein Wirken sehr stark evaluieren muss. Dabei ist es wichtig, dass individuelle und schöpferische Interaktionen mit der Umwelt und natürlich dementsprechend auch der Gesellschaft stattfinden und diese dann wiederum dazu führen, dass das Individuum einer besonderen Wichtigkeit und Verantwortung zukommt. Dementsprechend, nochmal kurz zusammengefasst, das Individuum ist in dieser Phase für Hurrellmann das Wichtigste, was überhaupt existiert. Denn es ist eigenverantwortlich, erstmals eigenverantwortlich in der Phase der Jugend, um dann schöpferisch mit den Aufgaben, die die Gesellschaft stellt, umzugehen. Kommen wir nun aber zu den Zielen, die laut Hurrellmann erreicht werden müssen. Und dabei definiert er vier grundsätzliche Ziele, die man hier definieren kann, die dann erreicht werden müssen, um später diesen Auslösungsprozess in das Erwachsenenalter, in die Phase des Erwachsenenseins dann zu schaffen. Dabei ist ein Mindestmaß an Stabilität zu erreichen. Das heißt, Stabilität muss für Hurrellmann erreicht werden, damit eine Gesellschaft auch auf das Individuum einwirken kann und dementsprechend das Individuum sich auch mit gewissen gesellschaftlichen Tendenzen stellen kann und da auch für seine Werte und Normen eintreten kann. Das Mindestmaß meint dabei, dass die Stabilität natürlich nur dann gewährleistet werden kann, wenn man auch eine gewisse Flexibilität hat. Das heißt, man sollte nicht zu stabil sein, indem man sich dann an gewisse gesellschaftliche Tendenzen nicht anpassen kann und erst recht nicht auf diese eingehen kann. Denn das kann laut Hurrellmann auch wiederum zu Problemen führen. Außerdem soll eine bestmögliche Befriedigung der Bedürfnisse stattfinden. Das heißt, die eigenständige Lebensführung, die das Individuum in dieser Phase ja erreichen muss, muss auch bestmöglich ermöglicht werden. Die bestmögliche Befriedigung, also eines der Hauptziele, die hier erstmals auf das Individuum einwirken, der Jugendliche oder die Jugendliche müssen dann hier erstmals eigenverantwortlich dafür sorgen, dass sie ihre Bedürfnisse kennen, kennenlernen und auch erkennen und diese dann effizient auch umsetzen und dadurch eine bestmögliche Befriedigung erreichen. Zudem, und das hatten wir gerade schon mal mit der Stabilität angedeutet, geht es um die Stabilisierung der Persönlichkeit. Dabei geht es darum, dass die Persönlichkeit ja ganz verschiedenen Tendenzen innerhalb der Gesellschaft zukommt. Und dadurch, dass dem so ist, ist es natürlich für Hohelmann logisch, dass dann eine Stabilisierung der Persönlichkeit stattfinden muss, denn ansonsten kann man sich diesen Tendenzen, gesellschaftlichen Tendenzen, einfach nicht widerstreben oder kann man diesen nicht widerstehen. Und so kann sich dann keine stabile Persönlichkeit bilden und diese kann dann nicht erfolgreich in der Gesellschaft agieren. Und zuletzt ist eines der Hauptziele noch das Bewusstwerden über einen dauerhaft anhaltenden Entwicklungsprozess. Wir hatten gerade schon mal angesprochen, dass das Individuum in dieser Phase verschiedenen Herausforderungen gegenübersteht und dementsprechend auch sich erstmal darüber bewusst werden muss, dass dies ein dauerhafter Prozess ist, der auch dauerhaft anhalten wird. Das heißt, dieser Entwicklungsprozess, der hier laut Hohelmann beschrieben wird, wird auch im Erwachsenenalter eine ständige Umbruchphase anhalten, die natürlich dann weitaus mehr auseinandergezogen ist als der Vergleich jetzt mit der Jugendphase. Aber nicht weniger Relevantes. Und das ist praktisch das letzte Ziel nach Hohelmann. Und damit soll es das auch schon gewesen sein von diesem Video rund um die dritte Maxime nach Hohelmann. Wir hoffen, ihr konntet verstehen, wieso die Jugendlichen als schöpferische Kronstrukture ihrer selbst dastehen. Denn in dieser Phase ist es ja so, dass das Individuum besonderen Aufgaben gegenübersteht. Einer ständigen Umbruchsphase, die darüber hinaus natürlich immer weiter anhält. Und dadurch entwächst es auch, dass die Jugendlichen als Repräsentanten ihrer eigenen Lebensführung erstmalig dafür eintreten müssen, sich selbst ihre Bedürfnisse zu befriedigen und dementsprechend auch eine stabile Persönlichkeit zu erreichen, die dann später die Auslösung aus dem Elternhaus ermöglicht und die Integration in die Gesellschaft erst möglich macht. Und damit soll es in diesem Video gewesen sein. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne einen Like-Tag, abonniert den Kanal für mehr solcher Videos. Wir haben außerdem eine Playlist mit allen Maximen rund um Hohelmann und natürlich auch zu allen anderen Psychologen, die ihr fürs Abitur braucht. Apropos Abitur, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Falls euch das Buch interessiert, da haben wir wirklich alles nochmal rund um Hohelmann zusammengefasst, in schriftlicher Form. Viele können damit ja besser lernen und dementsprechend wollen wir euch das auch ermöglichen. Jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die vierte Maxime nach Klaus Hohelmann an. Dabei geht es um die Entwicklung einer Ich-Identität. Was genau das heißt und wo der Begriff der Individuation und Integration in diesem Modell und in dieser Maxime wichtig wird, das gucken wir uns heute an. Zuvor, wie immer, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben ein Buch für euch geschrieben, was über Klaus Hohelmann komplett sein gesamtes Modell der produktiven Realitätsverarbeitung darstellt, die Entwicklungsaufgaben ermöglicht und auch die Kritik an ihm erläutert. Falls euch das interessiert, erster Link in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht so sage, starten wir direkt ins Video. Hohelmann, die vierte Maxime, ja eine Maxime, die sich sehr stark an Erik Eriksson orientiert. Das ist ja auch durchaus bewusst, dass Klaus Hohelmann bestehende Modelle aufgefasst hat, diese zusammengefasst hat. Beziehungsweise an den für ihn wichtigen Stellen ergänzt hat, damit das Modell dann optimal auf das Modell der Jugend beziehungsweise dem Modell der produktiven Realitätsverarbeitung angepasst werden kann. Starten wir jetzt mit der Entwicklung von einer Ich-Identität und mit der Individuation. Bei der Individuation geht es darum, dass die Entwicklung eines Selbstbildes stattfindet. Und dieses Selbstbild muss identitätsstiftend sein. Das heißt, die Individuation, und das erläutert so ein bisschen auch schon der Begriff, wenn man ihn ganz einfach stupide ableitet, geht darauf ein, dass man sich individuell weiterentwickelt und ein eigenes Selbstbild schafft. Und das muss natürlich da stattfinden, im Kontrast zur Gesellschaft. Denn die Gesellschaft aufoktuiert einem manche Regeln, manche Normen, manche Werte. Und im Zuge dieser Sinnhaftigkeit muss ein Selbstbild erschaffen werden. Das heißt, das Individuum muss sich individuell eine eigene Persönlichkeit aufbauen können. Dieser Aufbau einer eigenen Persönlichkeit muss dabei identitätsstiftend sein. Das heißt, das Ziel, was hier mit der Individuation verfolgt wird und dem Aufbau einer eigenen Ich-Identität, ist hier ganz besonders, dass man stets bestimmte Eigenschaften verfolgt, bestimmte Ideen, bestimmte Werte, bestimmte Normen, die von der Gesellschaft vorgegeben werden und die dann in sein eigenes Selbstbild einbaut, also den Aufbau einer eigenen Persönlichkeit so ermöglicht. Dabei ist ganz wichtig, dass die Feststellung und Bewältigung des Spannungsraums nur stattfinden kann, indem die Entwicklung eines Selbstbilds überhaupt produktiv und dynamisch, wie alles in Horelmanns Modell, stattfindet. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass man bestimmte Spannungsräume erkennt und diese dann anschließend bewältigt. Solche Spannungsräume kommen immer mal wieder im Laufe der Jugendphase auf, insbesondere in der Phase der Adoleszenz ist das natürlich sehr offensichtlich, dass da verschiedene Spannungsräume allein schon von der Natur her dargestellt werden. Und diese Spannungsräume müssen dementsprechend dann immer wieder bewältigt werden und das kann nur stattfinden, wenn tatsächlich auch zuvor eine Feststellung dieses Spannungsraumes stattgefunden hat. Und zuletzt ist es natürlich auch wichtig, dass weitere Umwelteinflüsse bewältigt werden. Was meint man jetzt hier mit weiteren Umwelteinflüssen? Naja, ganz einfach. Es ist so, und das hatten wir gerade schon einmal angesprochen, dass im Zuge der eigenen Entwicklung eines eigenen Selbstbildes, einer eigenen Identität, wie Eriksson es genannt hatte, geht es natürlich darum, dass auch verschiedene andere Umweltindikatoren, Einflüsse auf das Individuum einwirken. So ist es beispielsweise so, dass natürlich insbesondere die Familie, aber auch Freunde, also die Peergroups, enormen Eindruck auf das Individuum ausüben und dementsprechend auch eine enorme Gefahr für die Entwicklung eines eigenen Selbstbildes darstellen. Für das Individuum ist es im Zuge der Individuation dann wichtig, das zu bewältigen und diese Umwelteinflüsse konstruktiv zu nutzen, um so förderlich die eigene Ich-Identität zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu einer Integration in der Gesellschaft. So wie Eriksson es auch beschrieben hat, geht auch Hohlmann diesen Verlauf an und beschreibt, dass die Integration parallel zu der Individuation stattfindet. Das ist ein interessantes Spannungsfeld, in dem wir uns da befinden. Denn bei der Integration geht es genau um diese Integration innerhalb der Gesellschaft, die laut Hohlmann natürlich ablaufen muss und auch ein grundgegebenes Ding ist. Denn dabei geht es natürlich darum, dass das Individuum sich innerhalb einer Gesellschaft integriert und dementsprechend das Individuum auch abhängig von dieser Gesellschaft ist. Das heißt, hier ist es ganz wichtig hervorzuheben, dass dieses Spannungsfeld existiert, Individuation und Integration. Und dementsprechend finden wir hier so ein bisschen diese Bipolarität, die wir auch bei Erik Eriksson vorfinden können. Erik Eriksson hat in seinem Modell davon gesprochen, dass eine Integration innerhalb der Gesellschaft nur möglich ist, wenn auch eine Individuation stattfindet und praktisch die Mitte dieser Bipolarität das Ziel ist. Und genauso ist es auch bei Hohlmann. Hohlmann geht auch davon aus, dass man sich zwischen diesen zwei Polen vermitteln muss und die Integration parallel zur Individuation stattfindet. Dabei ist ganz wichtig hervorzuheben, dass Hohlmann von der Verbindung der Gesellschaft mit der eigenen Persönlichkeit ausgeht und davon dann ableitet, dass dies zu einer Integration führt. Das heißt, diese Integration ist nur möglich, wenn die Gesellschaft sich direkt mit der eigenen Persönlichkeit verbinden kann beziehungsweise wenn die eigene Persönlichkeit wiederum direkt mit den gesellschaftlichen Normen und Werten stattfindet oder verbunden ist, verknüpft ist. Ganz einfach, in einem einfachen Beispiel könnte man jetzt sagen, es ist nicht möglich, jemanden zu integrieren innerhalb einer Gesellschaft, wenn dieser gänzlich andere Werte hat, andere Normen hat. Und so geht Hohlmann davon aus, dass es praktisch unabdingbar ist, dass eine Gesellschaft stets aus integrierten Persönlichkeiten besteht, die zwar ihre eigenen Normen und Werte haben, aber diese stets abgeleitet von den gesellschaftlichen Normen und Werten, der allgemeingültigen Normen und Werte ist. Das Ziel ist dabei eine Verbindung von Individuation und Integration. Das heißt, das hatte ich gerade schon ausführlich erläutert, es geht dabei um die Verbindung von Individuation und Integration, um dann eine optimale Ich-Identität zu ermöglichen. Das heißt, dieses Spannungsfeld, was auch Erik Eriksson beschrieben hatte. Und damit sind wir eigentlich schon durch mit dieser vierten Maxime, die Hohlmann definiert ist. Es ist natürlich aber ganz wichtig, das nochmal zusammenzufassen. Deswegen hört jetzt nochmal ein bisschen zu. Denn was ist besonders wichtig, aus diesem Video mitzunehmen. Es geht um die Individuation. Das heißt, bei der Individuation findet die Entwicklung eines Selbstbildes statt. Und dabei gibt es verschiedene Umweltindikatoren, Einflüsse, wie beispielsweise Freunde, aber auch die Familie, die auf das Individuum einwirken. Und aus all diesen Einflüssen gebündelt, soll das Individuum sich dann eigenständig in der Gesellschaft einen Platz suchen, eigenständige Werte, Normen, Interessen und Eigenschaften herausbilden, um so eine optimale Individuation abzuschließen. Im direkten Spannungsfeld dazu gibt es die Integration. Diese Integration muss innerhalb der Gesellschaft stattfinden und stellt dementsprechend den direkten Gegenpol zur Individuation dar. Hier sehen wir eine besondere Verknüpfung von Erik Eriksson und Klaus Hurlmann im Laufe dieser vierten Maxime, bei der es ja um die Entwicklung der Ich-Identität geht. Bei der Integration geht es weiterführend dann darum, dass die Verbindung zwischen der Gesellschaft und dem Individuum ermöglicht wird und eine Integration nur dann stattfinden kann, wenn gewisse gesellschaftlichen Werte und Normen auch übereinstimmen. Dann ist das Ziel praktisch, die Verbindung von Individuation und Integration, um eine stabile, produktive Ich-Identität innerhalb der Gesellschaft am Ende der Jugendphase entwickelt zu haben. Und damit soll es das auch gewesen sein, von dieser vierten Maxime nach Klaus Hurlmann. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Gerne könnt ihr uns auch konstruktive Kritik oder Lob sogar in den Kommentaren da lassen. Und wie immer würden wir uns natürlich auch freuen, ein bisschen Werbung in eigener Sache, dass ihr unser Buch auscheckt. Jetzt der erste Link in der Videobeschreibung, nicht nur zu Klaus Hurlmann, sondern auch zu ganz vielen anderen Psychologen. Findet ihr da alles, was ihr für das Abitur benötigt. Also guckt da gerne mal rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Und willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute geht es dabei mal um die Bewältigung von krisenhaften Erfahrungen, was die fünfte Maxime nach Klaus Hurlmanns Modell der Realitätsverarbeitung ist. Und dabei haben wir wie immer für euch ein Buch in der Videobeschreibung verlinkt, was rund um Klaus Hurlmann geht. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Und zwar geht es bei Klaus Hurlmanns fünfter Maxime um die Bewältigung von krisenhaften Erfahrungen. Dabei unterscheiden wir in diesem Video einmal zwischen dem Entwicklungsdruck und der Anpassung an diesen Entwicklungsdruck. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Entwicklungsdruck grundsätzlich erstmal das ist, was überhaupt entsteht, was bewältigt werden muss. Und für die Bewältigung von krisenhaften Erfahrungen gehen wir dann auch auf die Anpassung ein, wie diese überhaupt stattfinden kann. Starten wir jetzt aber mit dem Entwicklungsdruck. Beim Entwicklungsdruck geht es darum, dass man verschiedene positive sowie negative Belastungen und Stimulierungen auf den Jugendlichen einwirken lassen hat. Das heißt, hier ist ganz wichtig hervorzuheben, dass Hurlmann, und das ist eine Entwicklung, wenn wir das mit Erik Eriksson beispielsweise vergleichen, die hier sich widerspiegelt, dass Hurlmann auch davon ausgeht, dass es durchaus positive Stimulierungen oder Belastungspotenziale gibt. Er nennt das Belastungspotenzial und Stimulierungspotenzial und meint damit insbesondere, dass positive sowie negative Einwirkungen auf den Jugendlichen eindrücken. Das kann natürlich positive und negative Langzeitfolgen haben, ist aber in erster Linie erstmal ein Entwicklungsdruck, der sich auf den Jugendlichen selbstverständlich auswirkt und dementsprechend auch getragen werden muss. Dabei findet die Verbindung von psychophysischen Dispositionen statt. Ganz wichtig, dieser Begriff der psychophysischen Disposition, hier besonders hervorzuheben. Denn was Hurlmann hier erstmalig leistet, ist, dass er psychophysische Dispositionen verbindet. Das heißt, wir haben einmal den psychologischen Aspekt, positive sowie negative Einwirkungen, die insbesondere durch verschiedene Umweltindikatoren in das Umfeld des Jugendlichen getragen werden. Stimulierungen können hier beispielsweise sein, bestimmte Prozesse, die aus der Adoleszenz heraus ausgelöst werden, insbesondere natürlich Beziehungen, die mit verschiedenen Jugendlichen stattfinden, Bindungsverhalten, Auslösungsprozesse aus dem Elternhaus. All das sind verschiedene Belastungen, die positive sowie negative Einwirkungen auf den Jugendlichen haben können. Aber wir haben auch die physischen Aspekte. Und hier bezieht er sich insbesondere natürlich auf die Entwicklung, die in der Adoleszenz stattfindet, insbesondere die Ausprägung der Geschlechtsmerkmale, die typischerweise natürlich einen enormen Entwicklungsdruck darstellt. Und hier ist es ganz wichtig, dass Hurlmann erstmalig diese beiden psychophysischen Aspekte verbindet und damit davon ausgeht, dass diese einen gesammelten Effekt, einen gesammelten Entwicklungsdruck auf den Jugendlichen darstellen. Ganz wichtig ist, dass Hurlmann davon ausgeht, dass lediglich die Auseinandersetzung mit der Umwelt zu diesem Druck führt. Das heißt, er geht davon aus, wenn ein Jugendlicher komplett isoliert von der Gesellschaft arbeiten würde, agieren würde, würde dieser Druck gar nicht stattfinden. Und lediglich die Umwelt führt zu diesem Entwicklungsdruck. Und wie wir ja bereits am Anfang gesehen haben, geht er auch davon aus, dass Druck etwas Positives sein kann. Erik Eriksson hatte dies ja auch schon in seinem Modell dargestellt, dass Entwicklungsdruck positiv als auch negativ sein kann. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Auseinandersetzung mit der Umwelt dann zu diesem Druck führt. Das heißt, dass die Umwelt, die Gesellschaft, im kleineren Gedanken dann auch die Schule, die Peergroups oder eben auch die Familie einen besonderen Druck auf die Entwicklung des Jugendlichen auswirkt. Starten wir jetzt aber mit der Anpassung. Wie findet die Anpassung des Entwicklungsdrucks statt oder an den Entwicklungsdruck statt? Und dazu haben wir drei grundsätzliche Anpassungen hier festgelegt. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, dass man diese drei Anpassungen vornimmt, dass dieser Entwicklungsdruck diesem Entwicklungsdruck standgehalten wird. Und hier ist insbesondere hervorzuheben, dass die Notwendigkeit einer Anpassung und Kommunikation besteht. Das sind jetzt zwei Aspekte, die hier genannt werden. Die Notwendigkeit einer Anpassung ist insbesondere dadurch gegeben, dass in der Natürlichkeit, in der die Jugendlichen ja einem gewissen Entwicklungsdruck ausgeliefert sind, diesen Entwicklungsdruck widerstehen müssen, ja überhaupt schon die Notwendigkeit einer ständigen Anpassung entwächst. Das sagt Horelmann ja schon im Prinzip mit seinem Namen, der produktiven Realitätsverarbeitung, die ja stets auch dynamisch stattfinden soll, also einen ständigen Druck darstellt. Und dementsprechend muss man natürlich auf die aus der Umwelt gegebenen Einflüsse reagieren. Und dies kann laut ihm nur stattfinden, wenn eine permanente Kommunikation stattfindet. Das heißt für ihn besonders hervorzuheben, dass ständige Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg an dieser Stelle ist. Das heißt, dass Kommunikation innerhalb der Gesellschaft, mit der Gesellschaft, die überhaupt erst die spätere Anpassung und auch die Widerstehung des Entwicklungsdrucks ermöglicht. Darüber hinaus, und das ist jetzt eine seiner vier Entwicklungsaufgaben, die wir hier einmal wiederfinden, ist die soziokulturelle und ökonomische Qualifizierung enorm wichtig. Bei der soziokulturellen Qualifizierung spricht er insbesondere die Aufgabe der Qualifikationen, des Qualifizierens. Bei der ökonomischen Qualifizierung geht es auch primär um diese Aufgabe der ökonomischen Qualifizierung, also des Qualifizierens in einer Entwicklungsaufgabe. Aber er bezieht sich in diesem Punkt natürlich darüber hinaus auch darauf, dass eine politische Partizipation stattfindet. Das heißt, das Konsumieren überhaupt innerhalb der Gesellschaft ermöglicht wird, aber auch das Partizipieren. Das heißt, hier haben wir sogar drei Entwicklungsaufgaben, die wichtig sind, primär aber die des Qualifizierens. Das ist ein kleiner Exkurs. Falls ihr dazu mehr sehen wollt, müsst ihr euch noch da halt das Video zu den vier Entwicklungsaufgaben angucken. Das verlinken wir euch mit der Playlist gerne in der Infokarte. Die soziokulturelle und ökonomische Qualifizierung führt dann aber dazu, dass man sich innerhalb einer Gesellschaft behaupten kann, eigenständig agieren kann und dementsprechend auch die Möglichkeit einer Anpassung an diese gesellschaftlichen Aspekte überhaupt gegeben ist. Und zuletzt muss ein Kompetenzerwerb stattfinden, um eine solche Anpassung zu ermöglichen. Das heißt, Huringmann geht davon aus, dass nicht von vornherein alle Notwendigkeiten erfüllt sind, alle Kompetenzen vorhanden sind, um überhaupt eine permanente Anpassung zu ermöglichen. Und das sieht man ja auch anhand der Modelle vieler anderer Psychologen, dass überhaupt Jugendliche sich behaupten können, liegt maßgeblich daran, dass Kompetenzen im Laufe der Adoleszenz überhaupt erst erworben werden. Das heißt, dieser Kompetenzerwerb, der hier im Vordergrund steht, ist die primäre Aufgabe, die durch den Jugendlichen auch bewältigt werden muss, damit praktisch dieser Entwicklungsdruck standgehalten werden kann und eine ständige Anpassung an die Entwicklungsaufgaben, an die Stimulierungen und Belastungen stattfinden kann. Und damit haben wir das Modell grundsätzlich mit der fünften Maxime erklärt. Zusammengefasst ist es nochmal so, der Entwicklungsdruck ist permanent vorhanden und dadurch entwächst aus ihm eine besondere Bedeutung für das Individuum, was diesem Entwicklungsdruck, der positiv, aber auch negativ sein kann, standhalten muss. Damit das ermöglicht wird, muss eine permanente Anpassung stattfinden. Dadurch auch wieder der Begriff der Dynamik und der Produktivität, die ja auch namensgebend für das gesamte Modell nach Hurlmann sind. Und hier findet eine permanente Anpassung statt. Insbesondere hervorzuheben ist der Kompetenzerwerb, der wichtig ist und die Aufgabe des Qualifizierens, die insbesondere zum Widerstehen des Belastungsdrucks und Stimulierungsdrucks hier sehr wichtig in dieser fünften Maxime sind. Und damit soll es das von diesem Video gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr versteht jetzt, wie die Bewältigung von krisenhaften Erfahrungen ermöglicht wird. Dabei haben wir für euch das Buch jetzt in der Videobeschreibung verlinkt und auch zu vielen anderen für das Abitur relevanten Psychologen findet ihr alles jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen reinguckt. Das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und ansonsten lasst ein Abo da, lasst auch gerne ein Like da und kritisiert uns gerne konstruktiv oder lobt uns. Da freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal der sechsten Maxime nach Hurlmann. Und dabei wollen wir euch heute darstellen, wie die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben laut Hurlmann überhaupt stattfinden kann und wie diese dementsprechend auch ermöglicht wird. Dazu ist das Video zweigeteilt. Wir gucken uns erst die Bewältigungsstrategien an und gehen dann auf die Möglichkeiten der Unterstützung durch die Gesellschaft ein. Wie immer haben wir dabei für euch ein Buch verfasst. Das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn das Buch ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt über komplett Klaus Hurlmann, aber auch viele weitere Psychologen, die ihr fürs Abitur braucht. Also falls euch das in der Vorbereitung aufs Abitur helfen soll, klickt da gerne mal auf den ersten Link jetzt auf Amazon verfügbar. Damit würde ich sagen, starten wir auch direkt in das Video hinein. Heute wollen wir uns ja angucken, wie die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben überhaupt ermöglicht werden kann. Und dazu ist es natürlich ganz wichtig, und das hat Hurlmann in seiner sechsten Maxime festgelegt, dass die Jugendlichen Bewältigungsstrategien entwickeln. Bei diesen Bewältigungsstrategien geht es darum, dass grundsätzlich die Ermöglichung einer ständigen Neuorganisation stattfinden muss. Das heißt, Hurlmann geht in seinem Modell davon aus, dass die Neuorganisationen der bestehenden Strukturen, insbesondere natürlich beim Jugendlichen, ständig stattfinden müssen. Denn insbesondere die Phase der Adoleszenz, die Jugendphase, stellt für Hurlmann eine Phase dar, die die größte Umbruchsphase im Leben darstellt. Und dadurch ist es natürlich auch so, dass bestimmte Anforderungen an den Jugendlichen gestellt werden. Insbesondere findet hier eine ständige Neuorganisation bestehender Regeln und natürlich auch bestehender Umstände statt. Das heißt, für Hurlmann ist es hier sehr wichtig, dass man überhaupt die Möglichkeit aufzeigt, dass man sich ständig neu organisieren kann und dass man auch bestehende Strukturen ständig abändern kann. Und nur so kann laut Hurlmann es dann gelingen, dass man sich effizient in seiner Umwelt einbringt und auch sein eigenes Wohlbefinden absichert, dadurch eben, dass eine ständige Neuorganisation ermöglicht wird. Darüber hinaus ist es wichtig, dass ein eigenaktives Verhalten die Ausarbeitung verschiedener Strategien ermöglicht. Das heißt, für ihn ist es so, dass die Neuorganisation natürlich direkt damit zusammenhängt, wie Bewältigungsstrategien entwickelt werden. Das heißt, für ihn kann eine Neuorganisation auch nur stattfinden, indem man eigenaktiv arbeitet. Wir haben bei seinem Modell der produktiven Realitätsverarbeitung ja bereits den Begriff der Produktivität bzw. sehr Dynamik häufig gehört. Und so ist es hier tatsächlich auch. Bei den Bewältigungsstrategien geht es laut Hurlmann tatsächlich darum, dass man ein eigenaktives Verhalten ermöglicht und dementsprechend die Ausarbeitung verschiedener Strategien so stattfinden kann. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Fähigkeit zur Selbstorganisation vorhanden ist. Das heißt, für Hurlmann ist es nicht nur wichtig, dass eine ständige Neuorganisation ermöglicht wird. Nein, Hurlmann geht auch davon aus, dass man dafür eine Fähigkeit zur Selbstorganisation besitzen muss. Was heißt jetzt Selbstorganisation konkret? Naja, im Grunde hängt das ganz direkt mit dem eigenaktiven Verhalten zusammen. Denn dieses eigenaktive Verhalten ist auch ein Teil dieser verschiedenen Strategien, die Bewältigungsstrategien, die es ermöglichen, sich weiter auszudefinieren und dementsprechend auch Krisen zu bewältigen. Und so ist es hier tatsächlich auch. Nur hier wird es dann die Fähigkeit zur Selbstorganisation genannt. Das heißt, die Selbstorganisation, welche Möglichkeiten habe ich, um mich eigenständig darauf vorzubereiten, bestimmte Krisen zu bewältigen, meine eigenen Bewältigungsstrategien zu sortieren, um diese dann auch effizient anzuwenden. Das heißt, hier ist es natürlich ganz wichtig, dass Spielräume geschaffen werden und damit dann verschiedene Lösungen ermöglicht werden. Das heißt, was hier praktisch das Ziel ist, laut Horelmann, ist, dass der Jugendliche praktisch die Möglichkeit bekommt, eine ständige Anpassung zu erreichen beziehungsweise vor allen Dingen natürlich, dass Spielräume effizient ausgenutzt werden können, damit dann auch verschiedene Lösungen durch diese Bewältigungsstrategien ermöglicht werden können. Nun kommen wir aber zu der Unterstützung. Die Unterstützung, die durch die Gesellschaft stattfinden soll. Und da ist natürlich die Frage, wie findet diese Unterstützung statt? Wie soll diese Unterstützung stattfinden? Die Unterstützung kann dabei von verschiedenen Instanzen der Gesellschaft erwartet werden. Das heißt, die Gesellschaft ist laut Horelmann eine der zentralen Rollen, in einer der zentralen Rollen, wenn es darum geht, das Individuum zu unterstützen. Insbesondere ist hier gefordert, dass die gesellschaftlichen Instanzen eingreifen, wenn es zu Misslagen kommt oder bestimmte Krisen nicht bewältigbar erscheinen. Dementsprechend müssen diese Instanzen der Gesellschaft ständig eingreifen und auch ständig darauf vorbereitet sein, in bestimmten Krisensituationen einzugreifen. Das heißt aber auch, dass bestimmte Instanzen der Gesellschaft sich primär schon als Ziel nehmen müssen, sich individuell darauf vorzubereiten beziehungsweise auch schon gezielt darauf eingehen können, wie sie unterstützen können. Idealerweise, und so sieht Horelmann das vor, findet hier eine Entwicklung bestimmter Bewältigungsschemata statt. Das heißt, man entwickelt bestimmte Bewältigungsstrategien, die dann von der Gesellschaft aus auf den Jugendlichen übertragen werden können und so dann auch individuell besser eingesetzt werden können. Dabei fordert die Gesellschaft natürlich, dafür, dass die Unterstützung stattfindet, auch eine Einhaltung gesellschaftlicher Regeln. Das heißt, für die Gesellschaft ist es ganz wichtig, dass Regeln eingehalten werden und dass diese Einhaltung dann auch kontrolliert wird. Nur so können die Instanzen der Gesellschaft fortbestehen und auch nur so ergibt der Fortbestand bestimmter Instanzen überhaupt erst einen Sinn. Die Netzwerkschaffung beziehungsweise die Flexibilität und Konstruktivität ist hierbei elementar. Denn es geht dabei darum, dass die Gesellschaft es ermöglicht, dass das Individuum sich ein Netzwerk aufbaut, dass der Jugendliche sich ein Netzwerk aufbaut, welches dann flexibel und konstruktiv fördert. Das heißt, die Förderung steht hier wieder mal im Vordergrund. Das heißt, bei der Unterstützung Förderung geht es dann darum, dass das Netzwerk eingreifen kann und den Jugendlichen möglichst flexibel, aber gleichzeitig auch konstruktiv helfen kann. Und damit soll es das jetzt auch schon von der Unterstützung gewesen sein. Ihr seht, es ist eine sehr wichtige Maxime, eine sechste Maxime, die auch schon ein bisschen die Rolle der Gesellschaft nochmal ausdefiniert, was natürlich sehr wichtig ist, wenn wir uns das gesamte Modell nach Röhmann angucken. Zusammengefasst ist nochmal wichtig zu betrachten, dass Bewältigungsstrategien natürlich von dem Individuum selbst entwickelt werden sollen. Dafür soll ein proaktives, eigenaktives Verhalten ermöglichen, dass die Ausarbeitung verschiedener Strategien überhaupt stattfindet. Und dazu muss der Jugendliche natürlich idealerweise optimal vorbereitet sein, optimal organisiert sein, um so erst überhaupt die Bewältigungsstrategien effizient anwenden zu können. Bei der Unterstützung geht es dann darüber hinaus darum, dass die Unterstützung durch verschiedene Instanzen der Gesellschaft abgeleistet werden kann und natürlich auch durch verschiedene Instanzen der Gesellschaft gesichert wird. Dabei ist es ganz wichtig, dass eine Einhaltung gesellschaftlicher Regeln stattfindet und nur so ein gesellschaftliches Netzwerk entstehen kann, welches dann später konstruktiv und flexibel agiert, um so die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zu ermöglichen. Und damit soll es das gewesen sein von diesem Video hier rund um die sechste Maxime nach Hurlmann. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr uns auch abonnieren und ein konstruktives Feedback da lassen. Und wir möchten nochmal in eigener Sache Werbung darauf hinweisen, dass wir jetzt ein Buch in der Videobeschreibung verlinkt haben. Da geht es wirklich nur um Hurlmann, aber wir haben auch viele weitere Psychologen auf Amazon als Buch veröffentlicht. Falls euch das interessiert, optimale Vorbereitung fürs Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß damit und ansonsten haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Willkommen zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die Sozialinstanzen an, die Hurlmann in seinem Modell definiert hat. Dabei ist es die siebte Maxime, die sich mit den verschiedenen Sozialisationsinstanzen auseinandersetzt. Die verschiedenen Instanzen wollen wir euch dabei einmal erklären. Und außerdem gehen wir natürlich auch auf die Aufgaben auf, die diese nach Hurlmann haben. Zuvor würden wir uns natürlich wie immer freuen. Und das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr unser Buch auscheckt, denn wir haben euch da wirklich alles zusammengefasst, was ihr für das Abitur braucht. Also wenn ihr jetzt in Pädagogik LK oder GK seid, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf vorbereiten, indem ihr das Buch in der Videobeschreibung auscheckt, falls euch das interessiert. Viel Spaß damit. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Heute soll es ja um die verschiedenen Sozialisationsinstanzen gehen, die Hurlmann definiert hat. Und dabei wollen wir euch zunächst einmal die verschiedenen Instanzen darstellen. Und bei den verschiedenen Instanzen unterscheidet Hurlmann grundsätzlich in zwei verschiedene Sozialisationsinstanzen. Einmal definiert er die formellen Sozialisationsinstanzen und einmal geht er auf die informellen Instanzen ein. Dabei ist es für ihn so, dass formelle Sozialisationsinstanzen insbesondere Schulen, aber auch Ausbildungsstätten darstellen. Beratungsstellen neben laut ihm zwar auch einen formellen Charakter ein, sind aber, und das definiert er in seinem Modell, nach und nach nicht mehr so wichtig für den Jugendlichen an sich. Dadurch, dass in primär auch immer mehr das Internet diese Beratungsstellen ablöst, kommt ihnen ein anderer charakteristischer Zug zu, als das jetzt noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Damit habt ihr also die formellen Sozialisationsinstanzen, das sind primär also alles Sozialisationsinstanzen, die von einer Gesellschaft bereits grundsätzlich existieren, die durch eine Gesellschaft existieren und auch in jeder Gesellschaft so vorhanden sind. Und damit versuchen Schulen, Ausbildungsstätten, Beratungsstellen natürlich, dass alle Jugendlichen gleich behandelt werden und alle Jugendlichen dementsprechend auch eine gleiche Chance haben, sich in der Gesellschaft einzubringen. Das also die formellen Sozialisationsinstanzen, die wir hier genannt haben. Dabei ist es natürlich so, dass der Einfluss der Gleichaltrigen nicht nivelliert werden darf. Wir hatten das bereits in den anderen Maximen, die Hurelmann definiert hat, dass der Einfluss der Gleichaltrigen natürlich enorm wichtig ist. Und dadurch, dass dieser Einfluss der Gleichaltrigen enorm wichtig ist, ist es tatsächlich auch so, dass für Hurelmann die informellen Instanzen zunehmend effektiver sind als die formellen Instanzen. Was sind denn jetzt überhaupt informelle Instanzen? Das ist ja erstmal ein Begriff, der jetzt natürlich offensichtlich das Gegenteil von den formellen Sozialisationsinstanzen ist. Aber was heißt das denn konkret? Informelle Instanzen oder informelle Sozialisationsinstanzen, wie es ausformuliert heißt, sind letztendlich genau das Gegenteil, nämlich die Einflüsse der Gleichaltrigen, also insbesondere Freundesgruppen, Peergroups im Fachbereich genannt, beziehungsweise natürlich auch etwaige Freizeitorganisationen, die dazu führen, dass Jugendliche sich im gleichen Alter zusammenkommen, sich treffen und dementsprechend natürlich sich dann dort auch austauschen können. Dieser informelle Charakter ist insbesondere dadurch gezeichnet, dass die Jugendlichen sich da freiwillig einbringen können und dementsprechend auch dort ein anderer Ton herrscht, ein anderer Umgang geprägt ist und natürlich der Einfluss der Gleichaltrigen ganz anders sich auswirkt, als wenn man beispielsweise die Auswirkungen oder den Einfluss eines älteren Teils der Gesellschaft betrachtet. Und dementsprechend geht Hurlmann davon aus, dass informelle Instanzen zunehmend wichtiger werden, effektiver werden und dementsprechend für ihn das Wort effektiver bezeichnet alles, was letztendlich darauf eingeht, dass Instanzen ja einen Einfluss haben, wie stark der Einfluss eben ist, das misst für ihn die Effizienz und die Effizienz ist laut ihm jedenfalls in den letzten Jahren deutlich stärker bei den informellen Instanzen angestiegen. Kommen wir nun zu den Aufgaben dieser formellen und informellen Sozialisationsinstanzen. Dabei ist es natürlich ganz klar, dass diese Aufgaben nicht paritätisch aufgeteilt sein können. Das heißt, wir haben hier keine Gleichverteilung von Aufgaben auf diese Instanzen, sondern unterschiedliche Instanzen mit unterschiedlichen Instanzcharakter müssen natürlich auch unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Grundsätzlich das große Ziel, was hier gegeben ist, ist natürlich, dass Instanzen die Integration in die Gesellschaft ermöglichen sollen. Das hatte Hurelmann ja auch schon in seinen anderen Maximen dargestellt, dass die Integration in die Gesellschaft enorm wichtig ist, aber gleichzeitig auch eine Individuation stattfinden soll. Falls euch das Video interessiert, könnt ihr da gerne mal in die Playlist reingucken, rund um das gesamte Modell. Könnt ihr da natürlich gerne mal reingucken, rund um das gesamte Modell nach Hurelmann. Hier wollen wir uns aber jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass die Instanzen die Integration überhaupt erstmal ermöglichen sollen. Wichtig ist dabei, dass Kompetenzen gefördert werden müssen und Motivation angeregt werden soll. Und hier seht ihr auch schon eine zentrale Unterscheidung. Die Kompetenzförderung ist insbesondere Aufgabe der Schule und natürlich generell der formellen Sozialisationsinstanzen. Insbesondere nimmt dabei aber die Schule eine Rolle ein, denn diese ist ja dazu geschaffen, bestimmte Kompetenzen, die eine Integration in die Gesellschaft ermöglichen, überhaupt erst zu fördern, hervorzubringen und dementsprechend dann sich dann auch langfristig die Integration in die Gesellschaft überhaupt als Aufgabe zu machen, um diese Kompetenzförderung zu ermöglichen. Darüber hinaus soll dann eine Motivation ermöglicht werden und das findet primär natürlich durch die informellen Sozialisationsinstanzen statt. Das heißt, hier sehen wir insbesondere bei der Motivationscharakter verschiedener Instanzen, dass diese die Motivation fördern sollen und dass diese dann insbesondere natürlich im Freizeitbereich eingreifen können und erst so dann die finale Integration in die Gesellschaft gelingen kann. Also was man hier bereits schon mal sieht, ist, dass Sozialisationsinstanzen natürlich ganz klaren Einfluss auf den Jugendlichen haben und das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass informelle Sozialisationsinstanzen eine andere Aufgabe, nämlich die Motivation haben als formelle Sozialisationsinstanzen, die primär der Kompetenzförderung zuzuschreiben sind. Zusätzlich sollen beide Instanzen die Möglichkeiten aufzeigen, die ein Jugendlicher innerhalb einer Gesellschaft hat, denn nur so, sagt Hurrellmann, hat der Jugendliche später auch eine Perspektive, nach der er sich einbringen kann und die er dann auch nutzen kann, um sich innerhalb der Gesellschaft zu integrieren und seine Rolle innerhalb der Gesellschaft zu finden. Dabei sollen diese Instanzen Freiheiten ermöglichen und Moratorien schaffen, das heißt, hier orientiert er sich erneut ein bisschen an Erik Eriksson, diese Schutzräume, die Erik Eriksson ja auch schon beschrieben hatte, sieht auch Hurrellmann hier verankert, das heißt, er geht davon aus, dass Freiheiten ermöglicht werden müssen und dass diese in einem Schutzraum stattfinden müssen, frei von gesellschaftlichen Bewertungen, sodass der Jugendliche sich ausprobieren kann und dementsprechend auch eine Kompetenzförderung und Motivationsförderung überhaupt erst ermöglicht wird und dass diese Möglichkeiten, die dann aufgezeigt werden, stets in diesen Moratorien, in diesen Schutzräumen stattfinden, die dann gesondert von der Gesellschaft stattfinden. Und damit soll es das jetzt auch von diesem Modell gewesen sein. Wir hoffen, ihr habt verstanden, was die Sozialisationsinstanzen sind. Nochmal kurz zusammengefasst, formelle Sozialisationsinstanzen unterscheidet man von informellen Sozialisationsinstanzen. Formelle Instanzen sind dabei insbesondere die Schule, Ausbildungsstätten und aber auch Beratungsstellen, die nach und nach immer mehr durchs Internet abgelöst werden. Informelle sind natürlich insbesondere Freunde und Peergroups, wenn man das mit diesem Fachbegriff zusammenfassen möchte. Die Aufgaben, die diese Instanzen dabei erfüllen, sind grundsätzlich natürlich die Ermöglichung des Instanzaufbaus, das heißt, dass man sich in eine Gesellschaft integriert und dann parallel dazu soll praktisch ermöglicht werden, dass formelle Instanzen die Kompetenzförderung anregen und informelle Instanzen, insbesondere die Motivation und die Möglichkeiten Darbietung ermöglichen. Und damit soll es das von diesem Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gerne könnt ihr euch auch die anderen Videos aus dieser Reihe rund um Hochelmann angucken. Wir haben zudem ein Buch verfasst, das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, das für euch sicherlich relevant ist, wenn ihr jetzt das Abitur schreibt, das heißt, wenn ihr euch optimal vorbereiten wollt und mit den Büchern ein bisschen besser lernen könnt, als das tatsächlich mit Videos für euch der Fall ist, dann guckt doch gerne mal in der Videobeschreibung. Wir haben auch zu Freud, zu Erik Eriksson und vielen weiteren Psychologen, Jean-Pierre Gé unter anderem auch, ein Buch verfasst, falls euch das interessiert. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Willkommen jetzt zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es dabei mal um die 8. Maxime nach Klaus Hochelmann gehen. Und dabei betrachtet er die Gleichwertigkeit der Phase der Jugend. Und dazu wollen wir heute erstmal auf die Phaseneinordnung eingehen. Wie ordnet Hochelmann das jetzt konkret in der 8. Maxime ein? Und gehen dann darüber hinaus auf die Bedeutung dieser Phaseneinordnung ein. Und wie immer haben wir über das gesamte Thema ein Buch verfasst. Das ist jetzt der erste Link in der Videobeschreibung, falls ihr euch aktuell auf euer Abitur vorbereitet und dazu eine kleine Hilfestellung braucht. Rund um das Fach Pädagogik haben wir sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht. Klaus Hochelmann das Buch jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Zu vielen weiteren Psychologen findet ihr da natürlich aber auch alle weiteren Infos. Und jetzt wollen wir uns direkt dem Video widmen, wo es ja um die Gleichwertigkeit der Phase der Jugend gehen soll. Insbesondere hier hervorzuheben ist natürlich, dass wir erstmal eine Phaseneinordnung vornehmen wollen. Das heißt, wir wollen uns erstmal angucken, was ist denn überhaupt die Jugendphase. Und bei der Phase der Jugend geht es jetzt tatsächlich darum, dass die Jugend neben dem Erwachsenenalter und der Kindheit als eigene Phase dasteht. Das heißt, die Phase der Jugend muss erstmalig neben dem Erwachsenenalter eingeordnet werden und steht praktisch im Anschluss an die Kindheit ein. Dabei ist sie insbesondere durch die Adoleszenz geprägt. Das heißt, wenn wir hier diese Phaseneinordnung vornehmen, die auch Hurlmann vorgenommen hat, geht er insbesondere davon aus, dass die Jugend neben dem Erwachsenenalter als eigene Phase sich darstellt und neben der Kindheit darüber hinaus erstmalig sich hier einbringt. Und diese zeitliche Verordnung im Anschluss an die Kindheit ist dabei auch nochmal besonders wichtig zu betrachten. Wichtig ist hier, dass er keine konkreten Zeitangaben verwendet. Das heißt, andere Psychologen hatten das in ihren Modellen ja durchaus gemacht. Sie waren von konkreten Zeitangaben ausgegangen. Das macht Hurlmann jetzt nicht mehr. Und das ist definitiv positiv anzumerken. Denn grundsätzlich ist es ja so, dass Modelle, die durch verschiedene Psychologen ermöglicht wurden, sich teilweise überholt haben, weil bestimmte Jahresangaben nicht mehr aktuell sind. Das kann hier bei Hurlmann nicht passieren. Denn Hurlmann geht schon davon aus, dass solche Zahlen sich ständig ändern können und dementsprechend auch ständig angepasst werden müssen. Dabei ist die Phaseneinordnung wichtig, denn sie hat dadurch jetzt erstmalig eine höhere biografische Bedeutung in Bezug auf das Leben und im Vergleich zu früheren Psychologen. Denn wenn wir uns angucken, welche Prägnanz beispielsweise Freud der ganzen Thematik zugewiesen hat, dann war die Phase der Jugend noch nicht so wichtig, als dass sie sich jetzt darstellt. Das heißt, die Phase der Jugend bekam insbesondere erst durch Erik Eriksson mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Aber trotzdem ist die Phase der Jugend nie Bestandteil eines eigenen Modells gewesen. Und so ist es sehr interessant, dass Hurlmann das jetzt hier erstmalig macht und im Vergleich zu früheren Psychologen dem Ganzen eine höhere biografische Bedeutung zuweist und damit natürlich auch sagt, dass die Adoleszenz, die Phase der Jugend, eine viel wichtigere Phase ist, als das noch früher der Fall war. Und damit möchten wir auch direkt übergehen zu dem zweiten Teil des Videos. Und im zweiten Teil des Videos soll es ja jetzt um die Bedeutung gehen. Das heißt, wir gucken uns einmal an, was ist überhaupt die Bedeutung der Einordnung der Phase der Jugend als eigenständig. Ganz wichtig ist eigentlich hier hervorzuheben, dass der Übergang zwischen zwei Phasen in die Autonomie praktisch geschaffen wurde. Das heißt, Hurlmann versucht hier mit seinem Modell ein Übergangsmodell zu schaffen von der Phase der Kindheit in die Autonomie, also in das Erwachsenenalter. Das heißt, er möchte praktisch eine Brücke bilden zwischen zwei sehr wichtigen Phasen der Gesellschaft, die gesellschaftsbestimmend sind. Und so ist es sehr interessant, dass er hier diesen Übergang zwischen den zwei Phasen ermöglicht. Dabei ist ganz wichtig, dass die Loslösung von bekannten Strukturen hier ermöglicht werden soll, dass sie hier stattfinden soll. Das heißt, dass insbesondere die Auslösung aus dem Elternhaus stattfindet. Und da diese ja hier stattfindet, ist es tatsächlich so, dass hier auch praktisch die Autonomie, die Grundlagen für die Autonomie geschaffen werden sollen. Und so ist es dann später erst dem Jugendlichen möglich, sich eigenständig, autonom praktisch in die Gesellschaft einzufügen. Und auch nur so ist es möglich, dass man diesen Übergang in das Erwachsenenalter dann konsequenterweise schafft. Die Übergänge müssen dabei durch verschiedene Moratorien geschaffen werden und ermöglicht werden. Das heißt, Übergänge können nur stattfinden, wenn man bestimmte Moratorien bietet. Diesen Begriff kennen wir bereits schon, wenn wir uns Erik Eriksson angucken. Und dieser Begriff beschreibt ja Schutzräume, die wir auch schon in anderen Modellen von Klaus Horelmann gesehen haben. Und sie ermöglichen dann ja erst den finalen Übergang zwischen diesen zwei Phasen in der Autonomie. Also das ist ja interessant, wenn wir das einmal vergleichen. Und die Bedeutung natürlich sehr hoch nach Horelmann. Also die Phase der Jugend sieht man schon daran, dass er sich hauptsächlich damit auseinandergesetzt hat. Und dementsprechend ist es natürlich sehr interessant, dass die Übergänge hier tatsächlich ermöglicht werden, Moratorien geschaffen werden und dementsprechend auch ermöglicht werden. Also das eine sehr wichtige Bedeutung für die Einordnung in andere psychologische Perspektiven. Und damit soll es das gewesen sein von diesem kleinen Video hier um die achte Maxime nach Horelmann. Wir haben heute festgestellt, dass Horelmann die Gleichwertigkeit der Jugend feststellt. Dabei meint er die Phase der Jugend. Das heißt, er sieht dies als eigenständige Phase im Vergleich zu der Kindheit und auch zum Erwachsenenalter an. Und sagt, dass hier im Anschluss an die Kindheit praktisch eine eigenständige Phase entwächst. Und diese eigenständige Phase eine Gleichwertigkeit im Vergleich zu anderen Phasen hat. Dabei sagt er, und das ist interessant, wenn man das vergleicht mit anderen Psychologen seiner Zeit, die diesen Übergang noch nicht so beschrieben haben, dass dieser Phase eine enorme Bedeutung zukommt. Damit steht er ein bisschen alleine im Vergleich zu vorherigen Psychologen da, ist aber tatsächlich eine hochmoderne Deutung, die sich auch in weiteren psychologischen Modellen jetzt inzwischen wiederfinden lässt. Und er geht davon aus, dass die Loslösung aus dem Elternhaus, aus bekannten Strukturen, erst dann die Möglichkeit schafft, die Gleichwertigkeit der Jugend, die Gleichwertigkeit dieser Phase hervorzuheben. Und damit soll es das gewesen sein von diesem Video hier rund um die achte Maxime nach Klaus Horelmann. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst. Gerne könnt ihr uns natürlich auch abonnieren, das ist für euch kostenlos, unterstützt uns aber riesig. Des Weiteren ist es so, dass wir uns über jeden Kommentar, den ihr bei uns macht, freut. Ob das konservative Kritik ist oder Lob, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir haben außerdem eine ganze Playlist rund um das gesamte Modell nach Horelmann, mit allen Maximen, mit allen zehn Maximen, die ihr dafür braucht, einmal jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr das Buch in der Videobeschreibung auscheckt. Gerade wenn ihr jetzt aktuell im Abistress seid und einfach schnell eine Zusammenfassung braucht, ist das, glaube ich, sehr ideal, da dieses Buch in der Videobeschreibung zu nutzen. Da ist wirklich alles genau an den Inhalt, der auch im Unterricht abgefragt wird, der im Abitur abgefragt wird, angepasst. Damit seid ihr sicherlich optimal vorbereitet und damit wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Und dann soll es gut sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute geht es dabei um die neunte Maxime nach Klaus Horelmann. In dieser Maxime widmet er sich der Spaltung der Gesellschaft. Und dementsprechend wollen wir heute in diesem Video darstellen, wie er die dynamischen Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft bewertet und welche Auswirkungen das laut ihm dann schließlich auf die Gesellschaft hat. Dabei haben wir für euch ein Buch verfasst, was rund um Klaus Horelmann geht, aber auch viele weitere Psychologen abdeckt. Und dazu ist der erste Link jetzt in der Videobeschreibung verlinkt, falls euch das interessiert. Insbesondere natürlich jetzt für die Abiturvorbereitung haben wir das optimal einmal für euch verfasst. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in das Video. Und wir wollen uns heute ja angucken, was Horelmann in seiner neunten Maxime definiert. Und dabei geht er ja auf die Spaltung der Gesellschaft ein. Die Spaltung der Gesellschaft dabei ein Thema, welches sich insbesondere laut Horelmann an die dynamische Entwicklung orientiert, die innerhalb einer Gesellschaft stattfindet. Bei dieser dynamischen Entwicklung geht Horelmann davon aus, dass Gesellschaften ein Bestandteil einer ständigen Entwicklung sind. Das macht er historisch fest anhand verschiedener Entwicklungen, die historisch belegbar, eindeutig belegbar sind. Insbesondere stellt er hier in den Vordergrund, dass Gesellschaften ständig sich weiterentwickelt haben, zurückentwickelt haben, beziehungsweise einem ständigen Druck, Entwicklungsdruck brachlagen. Das heißt, Gesellschaften sind laut ihm dann schließlich ein Bestandteil einer ständigen Entwicklung. Und so ist es auch kein Wunder, dass diese Entwicklung dann von ihm als dynamisch beschrieben wird. In seinem Modell geht er ja generell auf dynamische Eigenschaften sehr häufig ein. Und so ist es auch hier. Denn hier beschreibt Horelmann, dass Gesellschaften letztendlich ein Bestandteil einer ständigen Entwicklung sind, dynamischen Entwicklungen, die hier stattfinden. Dabei ist das Ganze geprägt durch ständige soziale und ethnische Vielfalten. Das heißt, bei dieser dynamischen Entwicklung stellt er insbesondere den Vordergrund, dass die soziale und ethische Vielfalt und ethnische Vielfalt vor allen Dingen auch dazu führt, dass dynamische Entwicklungen stattfinden können. Was meint er damit jetzt konkret? Naja, er geht davon aus, dass die soziale Vielfalt, also wie sozial etwas aufgebaut ist, das äußert sich natürlich insbesondere in den einzelnen Startbedingungen, in den Chancen und natürlich auch in den ausgeübten Berufen, sowie aber auch deren Beziehungen. Aber auch die ethnische Vielfalt, die natürlich insbesondere in einer immer stärker globalisierten Welt sich ständig weiterentwickelt und dementsprechend auch ständig Bestandteil einer ständigen Entwicklung wird, ist es für ihn so, dass Gesellschaften heutzutage nochmal sich schneller entwickeln, als es historisch gesehen war und dementsprechend natürlich Bestandteil dieser ständigen Entwicklung bleiben, aber diese ständige Entwicklung nochmals dynamischer wird, nochmals häufiger bzw. schneller stattfindet. Außerdem beschreibt er, dass eine ökonomische Bedeutung dieser Entwicklung vorhanden ist. Das heißt, er lässt hier diese ökonomische Vielfalt, ökonomische Dimension, die man hier definitiv festsetzen kann, nicht außer Acht und geht dabei darauf ein, dass diese dynamische Entwicklung natürlich auch sich insbesondere in den ökonomischen Auswirkungen für die Gesellschaft widerspiegeln. Und dabei ist das dann für ihn ein Anhaltspunkt festzulegen, inwiefern Gesellschaften sich weiterhin auch entwickeln müssen bzw. inwiefern Gesellschaften auch auf diese ökonomische Bedeutung der dynamischen Entwicklung eingehen müssen. Kommen wir nun zu den Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf eine Gesellschaft? Und da gibt es drei Auswirkungen, die maßgeblich für Huchelmann sind. Insbesondere geht er dabei auf die Entwicklung ökonomischer Ungleichheiten ein. Wir hatten gerade schon einmal angesprochen, dass die Ökonomie ein sehr wichtiger Bestandteil der Entwicklung nach Huchelmann sind. Und er sagt, dass insbesondere durch ökonomische Ungleichheiten praktisch die Möglichkeit besteht, dass sich Gesellschaften trennen, dass diese Gleichheiten zu einer Spaltung der Gesellschaft führen und das wiederum natürlich so gesehen dann auch einen Einfluss auf das einzelne Individuum bzw. auf die Entwicklung der Gesellschaft als solches haben kann. Dabei kann das auch dazu führen, dass eine Spaltung der einzelnen Lebenswelten stattfindet. Das heißt, insbesondere durch die ökonomische Ungleichheit entwachsen häufig auch soziale Ungleichheiten. Und diese sozialen Ungleichheiten können dann wiederum auch zu einer Spaltung der einzelnen Lebenswelten führen, was dann natürlich als kritisch angesehen werden kann. Insbesondere mit Hinblick darauf, wie sich Gesellschaften weiterentwickeln. Und das sieht man in vielen modern entwickelten Gesellschaften, dass diese ökonomische Ungleichheit sich auch in andere Bereiche überträgt. Primär natürlich in den sozialen Bereich, in die Ausgrenzung von bestimmten Schichtbildern, von bestimmten ungleich betroffenen Gruppen. Aber natürlich kann sich das auch in weitere Bereiche auswirken. Insbesondere da zu nennen ist auch die Bildung. Vielfalt kann allerdings natürlich auch positive Folgen haben. Das sieht man in den globalisierten Gesellschaften der heutigen Zeit, dass die Vielfalt immer wieder auch positive Einwirkungen natürlich auf eine Gesellschaft hat. Und dementsprechend stellt er auch heraus, dass die Spaltung der Gesellschaft zwar grundsätzlich stattfindet und ein für ihn nicht zu nivellierender Zustand ist. Aber man muss hier laut ihm auch betonen, dass diese Vielfalt, die in modernen Gesellschaften laut ihm viel häufiger und viel stärker vertreten ist, auch positive Folgen haben kann. Und dementsprechend auch eine Gesellschaft positive Effekte verspürt, wenn es um die Entwicklung einer beständigen dynamischen Anpassung des eigenen Gesellschaftsmodells geht. Also Vielfalt für ihn ein sehr wichtiger und positiver Aspekt. Und damit soll es es auch gewesen sein von diesem Video hier um Klaus Hurlmann. Zunächst möchten wir euch aber das Ganze nochmal zusammenfassen. Hurlmann geht ja von der Spaltung der Gesellschaft aus. Das heißt, für ihn ist das ein Zustand, der nicht nivelliert werden kann. Das ist ganz wichtig, denn er geht von einem Ist-Zustand aus. Und das wird sich auch später in der Kritik nochmal wiederfinden, dass man das natürlich durchaus kritisch betrachten kann. Denn diese Annahme von Hurlmann, die ja hier in der 9. Maxime trifft, die ja später auch erst ergänzt wurde, ist für ihn tatsächlich ein Zustand, der nicht nivelliert werden kann. Er geht davon aus, dass Gesellschaften permanenter Teil einer dynamischen Entwicklung sind. Diese Gesellschaften müssen sich dabei ständig weiterentwickeln. Und dies ist historisch begründet laut ihm, sind dabei geprägt durch verschiedene Einflüsse, insbesondere einer ethnischen und aber auch sozialen Vielfalt. Und das führt dann für ihn dazu, dass Entwicklungen ökonomischer Ungleichheiten, sowie aber auch sozialer und bildungsperspektivischer Ungleichheiten stattfinden. Und Vielfalt kann aber laut ihm natürlich auch positive Folgen haben, die man laut ihm auch in vielen modernen, globalisierten Gesellschaften wiederfinden kann. Und damit soll es das gewesen sein von diesem Video rund um die 9. Maxime nach Klaus Hurlmann. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einmal in den ersten Link in der Videobeschreibung reinkriegt, insbesondere natürlich, wenn ihr euch aktuell auf euer Abitur vorbereitet und dann nochmal eine schnelle Lernhilfe braucht, einen Text braucht, mit dem ihr einfach besser lernen könnt, dann ist das Buch rund um Klaus Hurlmann sicherlich richtig für euch. Auch für viele weitere Psychologen, unter anderem Sigmund Freud, aber auch Ericsson oder auch Jean Piaget findet ihr da alles Nützliche, was ihr braucht. Und damit soll es jetzt gewesen sein. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video über Klaus Hurlmann, der 10. Maxime nach Klaus Hurlmann. Und dabei wollen wir uns heute dieser Maxime widmen, die die Bedeutung des Geschlechts einmal ausschreibt. Und dabei spaltet sich das Video einmal in Auswirkungen und dann anschließend auch auf die Rolle von Frauen innerhalb der Gesellschaft. Wie wir immer, würden wir uns dabei freuen, wenn ihr uns unterstützen wollt und euch natürlich auch was Gutes tun wollt für das Abitur. Dann könnt ihr jetzt das Buch rund um Klaus Hurlmann in der Videobeschreibung auschecken. Falls euch das Buch interessiert und ihr euch fürs Abitur optimal vorbereiten wollt, ist das ein bisschen Werbung in eigener Sache. Erster Link in der Videobeschreibung, das Buch rund um Klaus Hurlmann. Und jetzt starten wir auch schon mit dem Video rund um die 10. Maxime. Und hier wollen wir für euch erstmal einen kleinen Disclaimer einbauen. Die 10. Maxime ist etwas, was Klaus Hurlmann im Nachhinein mit der 9. Maxime, in der es ja um die Spaltung der Gesellschaft geht, im Nachhinein ergänzt hat. Das heißt, zunächst bestanden die ersten 8 Maxime, die wir für euch ja schon in einem anderen Video, in anderen Videos erklärt haben. Die ganzen Videos sind ja da in einer Playlist für euch zusammengefasst. Einfach in der Infokarte schauen. Aber was ganz entscheidend ist, wenn man sich Hurlmann anguckt, ist der Fall, dass die 10. Maxime und die 9. Maxime deutlich kontroverser sind und auch in der Psychologie sehr stark umstritten sind und auch von Ist-Zuständen ausgehen, die laut Hurlmann erstmal nicht nivelliert werden können. Und das ist natürlich erstmal auch kritisch anzusehen, insbesondere bei dieser Dynamik, die er ja auch selbst beschreibt. Wichtig ist dementsprechend zu erwähnen, und das ist insbesondere heute wichtig bei der Bedeutung des Geschlechts, dass man dies immer kritisch reflektiert und auch überprüft, inwiefern die beschriebenen Zustände, die Hurlmann hier beschreibt, tatsächlich eintreten. Wir wollen euch gleich das alles komplett sachlich neutral darstellen. Dementsprechend wollten wir nur diesen kleinen Disclaimer einbauen. Wir sind nicht der Meinung von Hurlmann, wir sind aber auch nicht gegen Hurlmann. Wir wollen dies hier neutral darstellen, nur damit ihr das korrekt einordnen könnt. Starten wir aber jetzt mit den Auswirkungen, die Klaus Hurlmann beschreibt, auf die Gesellschaft in Form des Geschlechts. Und dabei geht er insbesondere davon aus, dass die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht die Muster der Bewältigung der restlichen Phasen überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, hier geht er tatsächlich davon aus, dass ein Geschlecht auch die entsprechenden Auswirkungen auf die Bewältigungsstrategien hat, die er ja vorher schon angesprochen hat. Das heißt, auch die weitere Phase, insbesondere mit dem Erwachsenenalter, ist maßgeblich davon betroffen, laut ihm, wie das Geschlecht ausgeprägt ist. Dabei geht er davon aus, dass insbesondere Entwicklungsaufgaben von dieser Zugehörigkeit zu einem Geschlecht betroffen sind. Das heißt, die vier Entwicklungsaufgaben, die er ja definiert hat, wovon unter anderem Konsumieren, Qualifizieren, Binden und Partizipieren betroffen sind, geht es laut ihm darum, dass das Geschlecht unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Das heißt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Ergebnisse bei diesen Entwicklungsaufgaben erreichen. Und das ist laut ihm maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht dazu führt, dass gewisse Bewältigungsstrategien sich abändern. Das heißt, die Muster der Bewältigung ändern sich komplett ab, wenn man dies im Verlauf der Phasen beziehungsweise im Verlauf der einzelnen Entwicklungsaufgaben sieht. Das hängt für ihn insbesondere mit Rollenbildern, die in einer Gesellschaft fest verankert sind, zusammen. Das heißt, die Entwicklungsaufgabe des Qualifizierens ist nach wie vor laut ihm immer noch damit belegt, dass zum Beispiel Frauen sich weniger einbringen und dementsprechend auch die Möglichkeit nicht mehr haben, sich so zu engagieren und ihr eigenes Einkommen zu sichern. Dementsprechend sieht er hier zum Beispiel eine komplett andere Bewältigung der Entwicklungsaufgabe vor. Aber das ist nur ein Beispiel für viele weitere unterschiedliche Bewältigungsstrategien, die laut Hurrellmann stattfinden. Kommen wir jetzt aber zu Frauen in der Gesellschaft und wie er Frauen in der Gesellschaft sieht und dies auch im Vergleich zu Männern dann einordnet. Dabei geht Hurrellmann davon aus, dass Frauen sich wesentlich bessere Ausgangschancen geschafft haben. Das heißt, er beschreibt einen Zustand, in dem ein Bildungssystem komplett nahezu von Frauen dominiert wird. Und dies aus beiden Perspektiven. Das heißt, für ihn ist es so, dass sowohl Erzieherinnen in dem Fall beziehungsweise Lehrerinnen in dem Fall eine Auswirkung auf das Bildungssystem haben, als auch die Schülerinnen selbst beziehungsweise die Kinder selbst, die Jugendlichen selbst, die dann dafür sorgen, dass Frauen eine bessere Ausgangschance haben. Für ihn korreliert das alles sehr stark miteinander. Und er sieht, dass Frauen diesen Sektor durchaus dominieren, was statistisch auch fragwürdig ist an der Stelle erwähnt. Jedoch geht er davon aus, dass bessere Ausgangschancen dann geschaffen werden. Und er sieht vor allen Dingen bei Männern die Benachteiligung in diesem Punkt. Das heißt, er kritisiert praktisch die Gesellschaft dafür, dass Männer in diesem Punkt benachteiligt werden und aus seiner Sicht Frauen das Bildungsniveau komplett dominieren. Und das wiederum dazu führt, dass Frauen in der Gesellschaft generell bevorteilt werden. Das heißt, aus seiner Sicht sind Männer in diesem Punkt definitiv benachteiligt. Dabei hat das dann aus seiner Sicht auch wiederum Auswirkungen auf die späteren Lebenschancen Chancen und Situationen. Denn er geht davon aus, dass Bildung, und das ist sicherlich keine umstrittene These, sondern in vieler Hinsicht auch belegt, dass Bildung enorme Auswirkungen auf die späteren Möglichkeiten im Leben hat. Und so geht er dann davon aus, dass diese besseren Ausgangschancen, die sich Frauen tatsächlich schaffen, dann auch eine Auswirkung auf die spätere Lebenssituation hat. Und dass diese Auswirkungen natürlich bei den Männern weitaus negativer, weitaus weitreichender sind, als es tatsächlich bei den Frauen der Fall ist. Und damit soll es das auch schon gewesen sein zu Hurlmann 10. Maxime. Wir wollen euch das nochmal kurz zusammenfassen, damit ihr das Wichtigste aus diesem Video mitnehmt. Erstmal wieder vorweg, es ist nicht alles, was Hurlmann sagt, beziehungsweise was in dieser 10. Maxime dargestellt wird, ein Ist-Zustand. Das wird von vielen Psychologen angezweifelt und dementsprechend ist alles, was in dieser 10. Maxime dargestellt wird, durchaus kritisch zu bewerten und muss ständig reflektiert werden. Die Bedeutung des Geschlechts ist für Hurlmann dabei insbesondere für die Bewältigung der Aufgaben, der gestellten Entwicklungsaufgaben wichtig. Dabei werden die Entwicklungsaufgaben je nach Geschlecht unterschiedlich ausgeübt und können auch unterschiedlich gut erledigt werden. Frauen sind laut seinem Modell in der Gesellschaft bevorteilt, insbesondere dadurch, dass sie in der Bildung gewisse Verbesserungen beziehungsweise Vorteile genießen, was ihnen ermöglicht, eine bessere Ausgangschance zu situieren. Und dies führt wiederum dazu, dass Männer laut seiner Sicht benachteiligt sind, insbesondere in der Gesellschaft benachteiligt sind und dies dann natürlich auch Auswirkungen auf die spätere Lebenssituation hat. Und damit soll es das jetzt gewesen sein von diesem Video rund um Klaus Hurlmann, 10. Maxime. Wir haben auch zu den anderen neuen Videos gemacht, falls euch das interessiert, guckt da gerne in die Infocard. Ansonsten checkt gerne unser Buch aus, falls ihr optimal für das Abitur vorbereitet sein wollt. Erster Link in der Videobeschreibung, ein bisschen Werbung in eigener Sache und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert gerne, konstruktiv oder lobt uns sogar und dann haut rein. ARD Text im Auftrag des ZDK